Hallo und herzlich willkommen, ich bin's Lobaka, weiter geht's mit Phoenix Point. Scenelions Zuflucht Riley Town ist verteidigt. Beide Teams, ich habe euch beiden jeweils, oder euch allen, euch allen Zwölben, so ein paar Punkte gegeben. Das ist aber alles Richtung Willenskraft. Die meisten habe ich ausgespart, weil wir da ein bisschen sparen können. Auch bessere, weil ihr habt teilweise Sachen, die besser freizuschalten sind, mit 25, 30 Punkten. Und jetzt habt ihr alle so 10, 12, 13 gehabt. Ein paar Willenskraftpunkte verteilt, ein paar Stärkepunkte verteilt. Das war's. Vor allen Dingen hat Andy, war das Andy, auf jeden Fall mal einen Willenskraftpunkt gekriegt von seinen 10. Genau, weil wir das mit den minus 4 Willenskraftpunkten habe ich irgendwie verpeilt. Damit hast du jetzt 6 noch übrig. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein mehr Minimum, damit du auf jeden Fall zweimal Schnellzielen nacheinander machen kannst. So, beide Trupps sind fit genug, um noch einen Einsatz zu machen. Wir bräuchten eigentlich wirklich eine Aufgabe. Deswegen machen wir das jetzt so. Manticore fliegt hier rüber, handelt noch einmal. Wir pausieren aber noch einmal. Ich mache das mal hier auf. Langsam. Und ihr fliegt direkt mal weiter ins Nest. Ne, ist kein Nest. In den Bau. Ach, ihr seid schon auf dem Weg. Ja, wahrscheinlich wird das das nächste sein, was hier passiert. Ah, so langsam kann man das auch mal laufen lassen. Dann steigt die Spannung. Ne, aber wir müssen wirklich diese Dinger jetzt machen. Das ist halt weit weg. Aber es ist, glaube ich, nicht anders machbar. Also der Manticore soll jetzt sich auf den Weg machen. Im schlimmsten Fall, Helenas Rettung hat keinen Zeitdings, oder? Im schlimmsten Fall machen wir das hinterher. Denn wir können hier nicht dauernd alles säubern und keine Punkte mehr dafür kriegen. Weil jetzt kommen wir zu dem Punkt, auf jeden Fall. So, Synedrion. Ein Synedrion-Satiriker in Matuaka sorgt mit einer Reihe an immer populärer werdenden Liedern über die Jünger des Anus für diplomatische Schwierigkeiten. Es ist auch einfach ein blöder Name. Die Jünger verlangen ein Ende dieser Schmähungen, während Synedrion als unerschütterlicher Verfechter der Meinungsfreiheit eintritt. Ja, also die Jünger haben uns schon einen Auftrag gegeben. Wir machen gleich einen Bau. Das heißt, da kriegen wir eh nochmal für alle was. Deswegen werde ich mich jetzt auf die Seite ganz taktisch auf die Seite Synedrions stellen, damit wir da auch noch ein paar Punkte kriegen können. Ohne Redefreiheit kann die Menschheit nicht gedeihen. Das ist sowieso meine Meinung. Insofern machen wir das. Die Jünger von Anon mögen uns drei weniger. Die mögen uns vier mehr. Nach mehreren Petitionen erhalten wir die Nachricht, dass die Synode der Sehnsucht es als Sünde wertet, ein so ein nichtiges Problem derart aufzubauschen. Gleichzeitig jedoch wurden die Lieder als blasphemisch proklamiert und unsere Rolle, sie zu fördern, als fragwürdig deklariert. Also vor allen Dingen mögen die sich weniger. Das war fast klar. Und wir wollen hier bitte einmal handeln. Und zwar, ja, viel ist da nicht. Vier für fünf. War das nicht schon mal besser? Aber gut, das ist eh nicht viel. Zwei für neun geht natürlich auch, aber das haben wir jetzt immer nicht so viel. Also wir sollten besser mit Neujerico handeln. Das machen wir jetzt hier nochmal. Wir fliegen da mal vorbei. Und werden jetzt aber natürlich zuerst mal diese Brutkammer eliminieren. Hoffentlich. Ich denke, wir können schon mal starten. Gefahrensstufe hoch. Es ist die Gruppe Matze, Thomas, Jojo, Jeremy, Sensa und André. Und es ist ja auch Zeit. Moment, warte mal. 70. Doch, ich gucke noch einmal rein. Ich kann da nicht runterfliegen, ohne einmal reinzugucken. Zwei Granaten. Ansonsten richtige Waffe. Neujerico. Neujerico. Auch richtiges Magazin. So, Raketending. Ausrüstung haben wir noch nicht gebaut. Zwei Granaten. Dezeptor. 16 Punkte. Wir haben dir noch nichts hiervon gegeben. Plus 20 Reichweite. Na, im Bau ist das eh schwierig mit den Raketen. Muss man jetzt dazu sagen. Kann sonst nichts mehr tragen. Ich glaube, wir lassen das so. Wir könnten dir einen Schläger oder einen Kriegsschrei geben. Ich gebe dir lieber. Ich sichere dich lieber noch eine Runde. So, Jojo hat den Neurazer dabei. Und außerdem noch einen Haufen anderen Kram. Auch das ist gut. Jeremy ist auch richtig ausgestattet. Ich gucke hier jetzt nochmal, ob wir das richtige Zeug dabei haben. Jawohl. Jawohl. Du bist auch richtig ausgestattet mit mehreren Magazinen und allem drum und dran. Und Sensor. Hätte noch Platz für eine Sache. Ist aber jetzt auch kein Platz mehr wirklich. Also ist jetzt nichts Spannendes mehr dabei. Und André hat auch einen Neurazer in der Hand. Ach, wisst ihr was? Wir packen euch mal die Neurazer gleich in die Hand. Für eine Granate finden wir vielleicht eher Platz. Und Jojo nimmt auch erstmal die anstelle der Granate. Haben wir dann noch Leute. Thomas hat eine Granate in der Hand. Sensor hat eine Granate. Weißt du was? Jeremy kann auch mal eine Granate in die Hand nehmen. Okay. Dann geht's los. In den nächsten Bau. Also. Ich hoffe sehr, dass wir durch diese, wenn wir diese beiden Baus weg haben, dass es dann nicht mehr ganz so viel Action gibt hier. Aber man merkt schon, wir müssen auch auf der Welt rumfahren. Denn die Angriffe häufen sich ja jetzt weltweit. Und ich frage mich wirklich, wie ich euch noch alle unterkriegen soll. Es gibt noch einen Rekruten mittlerweile. Namen habe ich jetzt hier gerade nicht dummerweise, aber ist aufgeschrieben. Ich muss mal gucken, wie ich euch alle noch unterbringen kann. Also wir haben dann bestimmt 18 Soldaten mittlerweile. Und Ressourcen sind knapp, muss man sagen. Für 18 Soldaten. Und auf geht's in den Bau. Na gut. So. Stimmt. Es ist kein Nest, es ist ein Bau. Hier ist wieder so ein Häuschen. Da können wir uns Mutagene rausholen wahrscheinlich. Also beim letzten Mal war eine Mutagene drin. Wo ist die Brutkammer? Die sehen wir diesmal nicht. Das ist ein bisschen doof. Beim letzten Mal haben wir sie direkt gesehen. Aber es sieht sehr stark danach aus. Das ist zumindest ein herausragender Platz für eine Brutkammer. Oder. Ja, nee. Ich glaube, die ist da. Sonst sehe ich nichts, wo sie reinpassen würde. Also früher im ersten Let's Play saßen die manchmal auch so unten drunter. Also so quasi. Oder beziehungsweise sie hatten das mal mit so einem Plateau drumherum. Das war sehr schwer zu sehen. Aber ich denke, da hinten müssen wir hin. So. Das heißt, eigentlich können wir sehr gut. Hier kommen wir rüber. Da kommen wir rüber. Hier kommen wir sogar durch. Da scheint es durchzugehen. Also geradeaus. Die Schnittstelle mitnehmen hier. Und dann am besten das aus der Entfernung erledigen. Wieder von hier, von hier oben. Wenn wir da drüber schießen können. Sieht aus wie ein klarer Plan. Und irgendjemand muss einen kleinen Abstecher links rüber zum Häuschen machen. Und da André gerade schon links steht. Fängt er mal an. Jetzt mal ein bisschen weiter zusammen. Erstmal ist hier nichts. Bleiben wir da mal stehen. Thomas. Der kann eventuell auch... Es gibt kein gültiges Ziel für den Raketensprung. Achso, weil du vor dem Ding stehst. Ich wollte gerade sagen, der kann ja eventuell auch fliegen. Deswegen kommt er später dran. Von wo kommen sie denn? Rechts ist gar kein Zeichen. Links ist das Zeichen. Ist wirklich rechts kein Zeichen? Oder sehen wir das noch nicht? Ich würde dich mal ruhig ein Stück weiter nach vorne schicken. Jupp. Alles gut. Da kannst du stehen bleiben. Thomas, wie gesagt, könnte eventuell auch fliegen. Dezeptor MG vielleicht einen auf der anderen Seite. Nichts zu sehen. Eventuell kommt was von da, aber wenn wir uns jetzt hier... Da ist noch eine ganz gute... Wir können uns dann da weiter in die Richtung vorarbeiten. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Von der... Aha. Jetzt sehen wir einen. Da ist ein Chiron. Sehr weit weg. Geradeaus. Ganz am Ende des Tunnels. Na gut. Tja. Scheinst du, als ob Jeremy der Einzige ist, der was sehen kann hier. So, dann stellen wir uns einmal da rüber. Dann kommen beide Scharfschützen da hin. Viel machen können wir da jetzt nicht mehr. Mit den fast nicht mehr existenten Punkten. Und du kommst aber mit dazu. Da ist noch so ein Viech. Interessant. Das die... Und da ist noch ein Viech. Das ist ein Nahkämpfer, oder? Ja. Also, Gift kann er spucken. Aber der kommt auch gar nicht über die Dinger rüber hier. Also, stellen wir uns hier alle schön auf. Wir machen gar nichts. Die soll mal kommen. Und Thomas... Da ich davon ausgehe... Naja. Wollen wir dich hierher fliegen lassen? Ist so ein bisschen die Frage. Oder wollen wir dich schon irgendwas abschießen lassen? Aber jetzt mit einer Rakete. Ich würde die Raketen so ein bisschen mal aufsparen. Wir könnten dich hier oben ins Kaputt fliegen lassen. Also, die kommen von da hinten ganz, ne? Eigentlich müssten wir ja uns auf die Richtung, in die Seite orientieren. Der kommt von da. Können wir uns hier oben draufstellen. Da sind wir völlig safe scheinbar. Eins, zwei. Da müssen wir mal drüber kommen. Lass dich mal hier oben hinfliegen. Du kannst ja weiterfliegen sonst. Und von links kann ja auch noch was kommen. Da bist du relativ agil. So gut das geht. Mit dem Brecherding. So, Neuigkeiten siehst du nicht. Dann stellst du dich da schön rein. Und siehst aber jetzt doch noch so einen Brutwächter. Na gut. Da kommt einer mit Gift, äh, mit Lähmungszeug, wenn ich mich richtig entsinne. Er kommt näher, da außen rum. Der läuft da durch. Das sehen wir alles. Vielleicht ist die Brutkammer doch nicht da. Und soviel zum Thema, es kommt niemand von rechts im Übrigen. Da kommt ein A-Pluh. Ich glaube, das waren die Giftwürmer. Hm. Das ist ja so ein bisschen Umkreisung von den Jungs jetzt hier. Dann müssen wir hier einmal gucken, wer das ist. Das ist genau. Das ist der Lähmungsarm. Und der hat eine Neuralpistole. Lähmt die eigentlich auch? Ja. Sieben Lähmungen. Das ist unschön. Aber nicht so schlimm. Das wäre eine hervorragende Rakete hier hinten. Die Frage ist, kriegen die Scharfschützen den da auf der Seite weg? Vielleicht. Matze. Ja, das ist ein bisschen arg eng. Vielleicht müssten wir uns woanders hinstellen. Wen siehst du? Ich habe das. Ja, den Arm können wir eben abnehmen. Den kriegen wir fast weg. Aber der ist auch ein Nahkämpfer. Der braucht noch ein bisschen. Insofern ist der jetzt nicht Priorität. Also ich würde gerne den weghauen, glaube ich. Dazu müssten wir ja eigentlich nur einen Schritt zur Seite gehen, wenn ich das richtig sehe. Können dann aber nicht mehr zweimal feuern. Aber beide Scharfschützen würden den wegkriegen. Dann macht Thomas da eine Rakete drauf. Du könntest noch eine Rakete oder eine Granate draufwerfen. Dann haben wir da schon mal zwei. Haut der ab. Der Kleine meint oder nicht. Er regeneriert, aber er haut nicht ab. Also theoretisch wäre möglich, Sensor macht, wie viel hast du? Neun. Man, ich muss euch echt mehr Willenskraft geben. Fünf Explosionsstoß und dann zwei Granaten. Wäre eine Idee. Kommst du da hin von hier? Natürlich nicht. Vergessen wir das mit dem Explosionsstoß und den zwei Granaten. Dann gehen wir halt einen Schritt zur Seite und hoffen, dass wir von hier aus darüber feuern können. Müsste ja von hier, ja, von da so oder hier müsste das eigentlich funktionieren. Andere Option. Mit der Dezeptor auf. Den wird nicht so sehr klappen. Okay, und dann müsst ihr beide, die beiden Sturmsoldaten, müssten sich um den kümmern. Frage ist, wo trefft ihr den? Wahrscheinlich gar nicht, ne? Mhm. Können wir auch das von weiter oben machen? Von da geht's angeblich. Ah, naja, es sieht gar nicht so schlecht aus. Wahrscheinlich von hier eher. Aber das würde ich mit Jojo mal ausprobieren, ob der das kann von da. Mit der anderen wahrscheinlich. Wir gehen erstmal da hin. Wen siehst du noch? Okay, da ist doch die Brutkammer, so wie gedacht. Alles klar. Wunderbar. Trotzdem erstmal den da hinten bitte rausnehmen. Ah, ja. Ich schreibe mal vorne. Der sich bewegt. Der bewegt sich die ganze Zeit. Aber gut ist das nicht. Verflixt. Verflixt. Naja. Es wären zwei Overwatches auch möglich. Oder du machst es eben doch von hier. Da ist ja auch noch ein Häuschen. Da musst du da eh rüber. Schauen wir da nochmal. Da müsste es besser aussehen. Auch wenn wir ihn jetzt nicht wegkriegen. Aber das sieht deutlich besser aus. Allerdings auch nur, wenn man trifft. Und der hat einen Chameleon des Schmerzes. Habe ich das übersehen? Scheinbar schon. Ich bin bereit. So, dann bleibst du bei einem Overwatch. Und wir machen das mal doch mit dieser Waffe. Weil ich ihn da auch gerne abkriegen wollen würde. So, dann beginnen wir hier mit einem Granatenschuss. Viel besser kann es nicht gehen. Von der Position der Gegner mal nicht. Allerdings tut es auch keinem so richtig weh. 60 Schaden, 20 Rüstung. Den hat es gar nicht getroffen. Na, großartig. So, richtig toll wäre natürlich jetzt sowohl das eine als auch das andere. Das klappt aber leider nicht, wenn ich das richtig sehe. Weil, ach so, ne, Granate kriegen wir auch, glaube ich, nicht so weit geschmissen. Ja, vielleicht. Wir gehen mal zwei Schritte hier raus. Schauen wir mal, wie weit die Granate gehen würde. Nein. Aber eine Rakete können wir feuern. Das sollten wir wahrscheinlich auch tun. Und diesmal probieren wir mal auch den Triton ein bisschen mitzugeben. Wieder hat er nichts abgekriegt. Bluten, deaktivierter Kopf, zehn Bluten immerhin. Das Ding machen wir später mit der Todesmarkierung. Tja, ein bisschen doof steht hier ja trotzdem rum. Ich würde trotzdem sagen, dass Marc schon mal hier runterkommt. Und gleich den, der auch immer von da oben kommt, in Empfang zu nehmen. Und ihr beide müsst jetzt hier, wir machen das mal schrittweise. Ihr müsst den wahrscheinlich, ja, den wir nicht sehen. Was liegt an dem Teil? Ah, das wird nirgendwo besser. Das ist natürlich jetzt richtig doof. Oh Mann. Warum kann man denn nicht mal schön auf jemanden schießen, einfach? Muss ich nochmal durchs Zielfernrohr gucken. Woran liegt es? Naja, gut. Viel besser wird es nicht, glaube ich. Trotzdem daneben. Dann probiert Alice aber auch von da. Wir können, glaube ich, trotzdem einen Schritt nach vorne gehen. Denn es kann uns eigentlich... Wir gehen schon mal einen Schritt nach vorne. Mit Jeremy auch, obwohl er offen steht. Und wir probieren es dann eher von hier, wenn ich das richtig verstehe. Aber jetzt kriegen wir ihn eh nicht mehr weg. Und hier müssen wir noch mal warten, bis er sich bewegt vielleicht. Oh Gott. Na los. Okay. Das startet ja nicht so gut. Schauen wir mal, ob die Gegner heute klug sind. Ein Strauchdieb. Ein Strauchdieb. Okay, hier ist doch einiges los, ne? Mmh. Null Schaden. Das hat nicht wehgetan. Irgendeine merkt mir die Neural. Das sah ein bisschen aus wie ein Virusgewehr. Vielleicht haben wir Virus abgekriegt. Da kommt noch einer. Ne, das ist der gleiche. Der schießt zum Glück daneben. Kommt aber natürlich nicht näher. Darf wahrscheinlich nochmal schießen mit der Neuralpistole. Nimm ich an. Schießt wieder daneben. Zum Glück schießen die genauso schlecht wie wir. Und dreimal daneben. Okay. Jetzt kommen die ersten Würmchen. Alle hinter uns. Okay. Also. Also es fühlt sich sehr viel an. Was hier gerade unterwegs ist. Das ist nicht so schlecht. Aber gut. Also wir haben Giftwürmer. Ist natürlich immer ein bisschen hart. Aber eigentlich müssten wir jetzt mit der Pistole die einfach erledigen. Ist nur die Frage, wer das macht. Von euch beiden. Du triffst. Receiving. Du triffst. Du müsstest doch den von da treffen, oder? Ja. Das ist auch gut so. Du triffst. Auch von hier. Tja. Also wenn wir ihn treffen, ist alles gut. Also der sollte eigentlich weg sein. Den sollten wir wahrscheinlich... Der bewegt sich gerade so gut. Ich weiß, wir kriegen vielleicht eine Schere ab. Aber ich glaube, das mache ich schon mal hier. Hat nicht gereicht. Hm. Wir können natürlich eine Granate draufwerfen. So, Moment. Bringen wir andere jetzt in Gefahr, indem wir darüber sprinten? Oder versuchen wir dem zweimal hier aufs Bein zu schießen? Beziehungsweise wir müssten den Rumpf wieder treffen, damit der nicht abhaut, ne? Obwohl, nee. Der hatte nichts. Das heißt, muss halt treffen. Das ist ganz schön wenig Raum. Aber ein guter Schuss mit der Shotgun sollte ausreichen. Heißt, wenn wir jetzt zweimal sprinten mit drei, er hat elf, sollte der eigentlich hinüber sein. Dann kann Jojo vielleicht... Naja, der kann auf der anderen Seite nicht wirklich helfen. Und wir lassen dann André alleine hier. Ist auch nicht so perfekt. Guck nochmal, ob wir hier irgendwo in eine Position kommen, weil wir hier gleich eh... Nee, aber er hat sich ganz gut verschanzt da eigentlich. Ich würde ja gerne hier in der Wohnung vorbeilaufen. Aber dann... Aber wir kommen da schon hin, oder? Ja. Dann machen wir das mal mit dem Sprint. André, pass auf dich auf. Sprint eins. Sprint zwei. Und ich hoffe, es klappt dann auch. Mit dem Ende. Aber es sollte klappen. Ich würde sonst auch gerne probieren, ob wir ihn irgendwie lähmen können. Aber das ist jetzt in dem Fall gerade ein bisschen zu gefährlich. So. Wir schauen mal, wo die Rakete hinkommen würde. Also theoretisch könnten wir da eine schießen. Sollte vielleicht den Triton sogar erledigen. Dann probieren wir doch mal aus, ob... Halt. Ob du von hier den Triton erledigen kannst. Was eigentlich auch klappen müsste. Den hast du jetzt noch gesehen? Alter, wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Und einen haben wir schon erledigt. Zwölf Gegner. Hatten wir das schon mal. Auch ein bisschen lustig, wie die hier mal so stehen bleiben erst, ne? Und dann erst beim letzten Schuss aufs Gesäß dann durch die Gegend fliegen. So. Das würde bedeuten, dass wahrscheinlich Matze sich da einmal drum kümmern muss. Wenn Jeremy noch irgendwo hinkommt. Der könnte auch, aber da triffst du auch nix. Irgendwohin sprinten. Beziehungsweise Matze. Ne, Matze kann immer noch nicht sprinten. Ah, der da oben, ja. Stimmt. Interessanterweise treffen wir die wirklich nicht. Aber wir können uns natürlich hier hinstellen. Dann brauchen wir auch nicht sprinten und ein Overwatch machen. Obwohl doch, warte mal. Wir kommen mit dem einen Sprint. Ne, doch. Wir müssen ja von da schießen. Denn ansonsten können wir auch wieder nur ein Overwatch machen. Und der ist eigentlich okay. Kommst du noch einen Schritt zur Seite? Ja, kommst du. Wenn du keine Rakete schießt. Ah, okay. Dann schießt du doch eine Rakete. Haust die beiden so gut kaputt, wie es geht. Hoffentlich den Triton komplett. Da war das Boom weg. Aber der blutet 70. Das sollte das Ende sein. Für ihn. Ja, wühl. Und der hat noch 120, was ein Schuss mit dem Scharfschützen wäre. Na gut, das ginge vielleicht mit schnellem Zielen. Von da. Von da. Oder. Dann wäre es Matze. Von hier. Ne, es geht nur von da. Wenn es von da nicht klappt, dann geht es nicht. Und wer macht dann die Würmer? 1, 2, schnelles Zielen. Bei Jeremy reicht es gerade nicht. Du stehst halt besser für die Würmer hier, Matze. Wie gut triffst denn du, Jeremy? Die Würmer. Ja, das wird eng werden. Ja, das wird eng werden. Mit den drei Schüssen. Und vor allen Dingen müssen wir wirklich auch gucken. Ne, wir machen das. Ja, doch. Wir müssen den eigentlich erledigen. Aber hier. Wir kriegen den mit dem Overwatch. Das ist, äh, das, äh, ja gut. Ah, vielleicht kannst du sogar von da schießen. Wir gucken mal, ob das klappt. Ne, nicht ein Wurm. Ah, du triffst sie nicht. Also, es ist halt, Thomas ist halt genau im Weg jetzt hier. Wir können die Brutkammer abschießen. Das ist Unsinn. Dann hätten wir jetzt da nochmal sprinten sollen vielleicht. Aber gut, wir gucken mal. Und er wird ja irgendwie hoffentlich um die Ecke kommen. Und ich hoffe, du schießt nicht auf Thomas. Und eigentlich müsste Jeremy das ja auch schaffen, wenn wir den da hinstellen. Und wenn wir noch einmal sprinten, können wir noch einen weiterrennen. Stellen wir uns da hin und machen Overwatch. Hier ist nur ein Nahkämpfer. Das müsste eigentlich hinhauen. Okay, Matze. Äh, Verzeihung. Jetzt habe ich dich ja ziemlich allein gelassen. Und gehe einfach davon aus, dass du es schaffst jetzt. Ich will nur den. Wenn er sich bewirkt. Bewegt. So. Ich hoffe, du schaffst es. Nummer eins wird klappen. Nummer zwei sollte auch klappen. Und Nummer drei wird ein bisschen schwieriger. Zwei Versuche hast du. Einer reicht. Jetzt kannst du noch, wenn du besonders cool drauf bist, dem einen Arm abschießen. Oder du kommst ein bisschen näher an uns ran. Ja, obwohl er auf dich schießen wird. Aber gut. Lieber ein Schritt. Manchmal ist es ja am Ende dann so ein Millimeter. Nächste Runde. Jawohl. Aber das ist eigentlich... Weitere mal. War das der... Ja, das war er. Jeremy hat es erledigt. Es ging sehr schnell. Es ging so schnell, dass ich gar nicht gewusst habe, wer es jetzt ist. Was ist das denn? Ah. Ich dachte gerade, es bewegte sich. Ich dachte, da kommt irgendwas aus dem Stein raus. Oh, der ist nah dran. Aber wir haben zum Glück noch einen Overwatch. Ja, okay. Der steht sehr nah bei uns. Der sollte kein Problem sein. Diesmal ist Jeremy dran mit dem Wurm. Hier oben liegt allerdings dummerweise auch einer rum. Aber ich denke, wir kommen jetzt ganz gut nach vorne. Den müssen wir wegkriegen. Das könnte jetzt vielleicht Matze machen. Das kann jeder machen. Und Thomas kann schon mal loslegen, um auf die Brutkammer loszugehen. Und liebe Freunde, die halbe Stunde ist rum. Ich spiele hier noch eine Runde weiter. Aber wir machen weiter beim nächsten Mal ausnahmsweise. Denn, ähm... Ach nee, wisst ihr was? Es ist ja Sonntag heute für euch. Also für mich ist Samstag, für euch ist Sonntag. Ach, wir machen ein bisschen länger. So, dann überlege ich jetzt nochmal ein bisschen weiter. Also, ähm... Das passt ja eigentlich hervorragend für Wurm und der. Dann stehst du allerdings, da muss jemand diesen Wurm da oben aus der Runde rausnehmen. Machen wir jetzt mal das Einfache. Liegt hier irgendwas rum? Scheinbar nicht. Oder wir müssen noch einen Schritt näher rangehen. Aber ich würde lieber da das Zeug rausholen. Ach, scheiße. Da hinten müssen wir eigentlich auch nochmal hin. So, und dann diese Sachen mitnehmen. Ähm... Was lassen wir jetzt hier? Eine Granate, wa? Ja, wir müssen jetzt eigentlich auf dem Rückweg machen. Aber den Rückweg gibt's hier nicht. Zerstöre die Brutkammer ist das Ziel. Insofern wird's danach vorbei sein. Hm... Hm... Also, der steht auch wieder genauso blöd wie vorher. Insofern würde ich fast sagen... Eins... Wo? I'm ready. Du müsstest eigentlich den Wurm da oben erledigen. Ist das zu blöd als Auftrag? Eigentlich schon, ne? Ah, warte. Du kannst den Wurm... Damit haben wir noch einen guten Auftrag. Ja, ja. So machen wir das. Ähm... Also. Du gehst einen Schritt darüber. So, dass du vielleicht noch zurückkommst. Wir gucken nochmal, ob du da drauf feuern kannst. Wahrscheinlich geht das ja schlecht. Nee, nicht der. Auch nicht der, sondern der. Willst du dich noch bewegen? Ach, das wird nix. Du kriegst ihn doch auch nicht. Du kriegst ihn auch nicht. Weißt du was? Aus purer Freude... Wobei, wir brauchen noch ein bisschen Panzerbrechende... Obwohl, das wird schon. Aus purer Freude, wollte ich gerade sagen, kannst du dir mal eine Brandgranate draufwerfen. Das könnte ihn zumindest mal ein bisschen schön ärgern. Das ist nicht daneben. Wunderbar. Bein deaktiviert. Kopf deaktiviert. Zehn Bluten. 38 Brandschaden. 40 Brand... 30 Bluten. Das ist echt ordentlich. Muss man sagen. Dann gehst du einen Schritt nach vorne. Ist jetzt die Frage, ob wir da nochmal drauf feuern. Vielleicht feuern wir auch einfach da nochmal drauf. Jeremy übernimmt jetzt diese beiden hier. Und zwar... Den... Ist jetzt schwierig. Aber er ist weit geflogen. Und den Wurm... Der wird auch übernommen. Nein! Nein, Jeremy! Das kann doch nicht sein! Da war nun wirklich eine 0,2% Chance, dass das daneben geht. Nein, das ist doof. Ja, dann musst du jetzt doch nicht auf den feuern. Sondern dann kommst du jetzt hier nochmal her. Und probierst mit der Pistole den weg zu feuern. Oh Mann. Oder du machst das von da mit dem Scharfschützengewehr. Weil ich wollte dich eigentlich nochmal ein Stück nach vorne stellen. Den toxischen. Und dann kannst du tatsächlich einmal auf den auch drauf feuern. Vielleicht kannst du sogar von hier... Warte mal. Wir gucken uns das mal an. Wir kriegen den Wurm da schon weg. Irgendwie. So zum Beispiel. So, das sollte ihm tatsächlich den Rest geben. Machen wir das mal. Nicht ganz, aber mit 40 Bluten, 40 Brand. Ja, ganz schön Brand, der Junge. Reicht es gerade so. 77, drei sind übrig. Okay, ich habe nämlich jetzt eigentlich gedacht... Aber ich meine, du kannst es auch mit dem machen. Dass du den hier oben neu raiserst einfach. Aber das kannst du natürlich nicht mit beiden machen. Eins, zwei. Aber ja, okay. Es müsste auch folgendes passieren. Folgendes gehen. Es kommen gleich neue. Ich weiß. Wenn du den mal neu raiserst... Ja, das war noch einen Schritt mehr. Dann hast du keinen Overwatch mehr. Okay. Vergiss, was ich gesagt habe. Und stelle ich mal ein Stück nach vorne. Der sollte ja durch sein jetzt. Dann muss... Ja, blöd. Dann müssen wir jetzt darauf hoffen, dass Matze... Wenn der Wurm runterfällt, dass er den dann trifft. Das ist ein bisschen doof. Aber... Wir wachsen an unseren Aufgaben, würde ich sagen. So. So in der Gegend. Erst dann, wenn er nicht da oben. Und nicht, wenn er fällt, wenn es geht. Aber gut. Was rede ich. So, du bleibst da stehen. Du bleibst da stehen. Und du kannst eigentlich... einen Schritt nach vorne gehen. Weil der sollte nicht mehr kommen. Und wir müssen natürlich einfach hoffen, dass da kein Wurm runterkommt jetzt. Okay. Schauen wir weiter. Da kommt er runter. Matze, du bist dran. Warum nicht warten, bis er auf dem Boden ist? Warum? So, Jeremy. Was? Der lebt noch. Verflixt. Ah, der hat Regeneration. Deswegen lebt er noch. Und der kann jetzt vielleicht mit dem Maschinengewetter mit reinfeuern. Und wir kriegen noch einen Giftwurm. Mmmh. Ungünstig. Also wenigstens hat es Jeremy getroffen. Der ja auch daneben geschossen hat. Aber trotzdem doof. So. 40 Virus. Wenn ich mich richtig entsinne, bringt das ja jetzt nichts. Ähm, sich zu heilen. Da ist er auch ein Wurm. Ach, diese Würmer sind echt nervig. So, eine Todesmarkierung wäre geil. Kostet 4. Das geht aber nur mit einem der Dinger, die wir sehen, ne? Können wir jetzt nicht mit dem machen, nee. So, wir haben drei Würmer. Die müssen wir ausschalten. Dann müssen wir mal gucken, was wir hier hinkriegen. 1, 2. Haben wir noch irgendwas, was jetzt in der Nähe... Nee, also der müsste ja jetzt wirklich mal umsterben jetzt in der nächsten Runde. Jetzt hat er noch 34 und blutet 100. Du triffst den Chiron da hinten. Zweimal. Du triffst die beiden Würmer und damit schnell zielen noch einmal entweder den... Ach nee, du triffst gar nichts mehr. Ach man, da stehst du wieder doof. 1, 2. Wir können noch eine Granate hier draufwerfen, aber die brauchen wir jetzt woanders. Jojo kann nach vorne. Theoretisch zumindest. Ah, und ich merke gerade, wir müssen wahrscheinlich die dann auch nochmal wieder nachlähmen, ne? Könnte sein, dass der irgendwann aufhört. Ach, da sind die auch gar nicht zwei. Weil die ist ja gelähmt. Ich bin ja blöd. Es sind nur zwei. Okay. Dann ist ja alles gut. Dann ist es zumindest einfacher. Dann machen wir das schon mal einfach. Bitte nicht daneben schießen jetzt. Ja. Da ist ein Stein davor. Okay. Wunderbar. Ja. Andere müsste der gelähmte sein. Und das ist auf jeden Fall schon mal gut. Wir könnten auch den Hinterleib, aber das braucht einfach zu lange. Der Rumpf ist deaktiviert. Bluten 20. Ich denke, wir erledigen den da hinten jetzt erstmal. Jeremy muss leider einen Schritt machen dafür. Und da hinten kommt einer mit Maschinengewehr. Das ist mir schon klar. Aber trotzdem probieren wir den gleich anderweitig abzulenken. Nochmal 130 minus 10 Rüstung. Thomas könnte eigentlich von hier da auch nochmal drauf feuern. Und irgendjemand muss aber den Wurm dann auch wegnehmen. Wen haben wir da jetzt noch? Schauen wir doch mal. Nein. Jojo könnte... Na gut, der kann natürlich den da jetzt wegnehmen und steht dann auf der Seite. Oder... Den kriegen wir noch gar nicht. Aber er ist auch sehr weit weg. Also wahrscheinlich... Wird der jetzt nicht notgedrungen. Komm, wir gehen mal außen rum. Ich hoffe, da ist keiner auf der Seite. Und jetzt schießen wir den Wurm. Können wir vielleicht sogar... Oh, jetzt hätte ich fast falschen Knopf gedrückt. Können wir den wegkämmern? Ich glaube, ja. Okay. Einen Ausrüstungsschaden hat es gemacht. Dann könnten wir sogar noch einen Schritt nach vorne. Aber was ist dahinter noch für einer? Das ist nur so ein Tempelwächter. Okay. Ich glaube, wenn wir den neu raisern, das bringt jetzt nichts mehr. Wir stellen uns mal dahin. Alles gut. So. Damit ist der Wurm weg. Dann probieren wir doch mal, ob wir von hier... Das Monstrum da hinten noch... ...nochmal treffen. Naja. Probier's. 140. Deaktiviertes Bein. 30 Bluten. Gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. André. Jetzt ist ein bisschen die Frage... Also du könntest da hinten auch drauf schießen. Hier außen rum gehen. Ähm. Und wahrscheinlich... Ja. Müssten dir eigentlich irgendjemanden noch hier hinschicken, um den anderen Kram zu holen, ne? Du kannst angeblich den tatsächlich treffen von hier. Du. Lass dich nicht lumpen, würde ich sagen. Ne, den wollen wir nicht. Den wollen wir. 160. 30 Bluten. Knaller. Jetzt gucken wir mal. 30 Gesundheit. Der ist hinüber. Wunderbar. Dann haben wir Sensor noch übrig. Und der kann entweder... Lassen wir den jetzt fliegen. Ne, es geht nicht, weil er hinter dem Baum steht wieder. Da ist er. Gut, wenn er hier reinschießt, kann er schon... Irgendwas wird er dann schon treffen. Aber ich würde mich fast gerne hier vorne hinstellen. Und noch einmal gucken, ob wir da irgendwas Schickes machen können. Wir können natürlich auch noch mal eine Granate draufwerfen. Na, so weit geht's dann doch nicht. Ich glaube, dann bringe ich dich tatsächlich mal... ...vor die Brutkammer. So. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Also, es ist jetzt nur die Frage, was der da oben mit seinem Maschinengewehr macht. Das könnte jetzt ein bisschen wehtun. Muss aber auch nicht. Sie haben oft genug daneben geschossen. Er ist ziemlich weit weg. Der verblutet. Der Chiron ist auch hinüber. Den müssen wir natürlich auch irgendwann... So einen Chiron müssen wir natürlich auch noch mal irgendwann... ...wegkriegen. Wie geht's dir, Jeremy? 30 Schaden in der nächsten Runde. Du musst, glaube ich, ein bisschen durchhalten jetzt. So, Sensor, wieso kannst du denn... Achso. Ich denke, wir fangen an damit. Und ich denke, wir fangen sogar mit schnellem Ziel an. Obwohl du hast nur sieben. Das ist jetzt nicht so viel. Sag ich mal ganz kurz. Die Rüstung ist 20,40. Nur die Schale hat 60,60. Aber auf die Schale müssen wir nicht mehr schießen. Komm, wir machen das lieber dann. Wenn es irgendwann brenzlig wird, nehmen wir den anderen Kram. Ansonsten machen wir das so. Den lassen wir da hinten stehen. Oder wir bewegen uns mal in die Richtung von ihm. Am liebsten würde ich den da einfach stehen lassen, da hinten. Was ist denn das für ein Wurm? Das ist immer noch der... Ist der noch... Ah, jetzt hat er nur noch 6 von 5. Genau, das meinte ich. Ja, das ist ein bisschen doof. Aber dann schicken wir vielleicht... Ach. Hm. Dann müssen wir nochmal einen zurückschicken, der den Wurm nochmal umbringt. So, mit allem anderen... Also klar, wir müssen nach oben auch abdecken. Aber mit allem anderen schicken wir jetzt... Äh... Gehen wir da jetzt drauf. Denn sobald das Ding tot ist, ist die Runde auch vorbei. Jetzt ist tatsächlich nur die Frage, ob jetzt André nochmal zurück... Es tut mir... Ne, Jojo ist es. Es tut mir leid, Jojo. Du musst noch einmal zurück und den Wurm nochmal nehmen. Damit der nicht in der nächsten Runde wieder startet. Und dann kannst du wieder zurückgehen. So, ihr könnt gerne in Position kommen, in irgendeiner Form, von wo aus ihr feuern könnt. Von da zum Beispiel. Und da du noch 10 hast, geben wir dir mal ein schnelles Ziel. Dann kannst du in dieser Runde wenigstens noch einen Schuss abgeben. Einmal Matze, nicht auf den Wurm. Den nehmen wir mit. Ah, es geht nur auf die Schale. Schade, na gut. Nächste Runde. Nochmal 96. André macht da auch mit. Wobei wir André vielleicht in Position bringen könnten. Für einen eventuell besseren Schuss in der nächsten Runde auf den Mann da hinten. Allerdings steht André ziemlich alleine hier momentan. Kriegt vielleicht dann auch gleich von oben was ab. Das ist mir eigentlich sogar ein bisschen zu doof. Wenn ich das richtig sehe. Dann gehe ich lieber auf dem Weg. Schieße ich lieber einmal auf die Brutkammer. Also wenn man das so sieht, ist das schon sehr massiv. Wenn man da mal so Menschen davor sieht. Vorsicht. Da steht Zinsa. Ach ja, die Eierkapsel. Die blüten ja blöd. Deaktiviert. 80 Bluten. Habe ich ganz vergessen. Die Eierkapsel macht ja nochmal deutlich mehr Schaden. Also mehr Bluten vor allen Dingen. Du könntest also noch eine Rakete feuern. Aber ansonsten haben wir jetzt noch Jeremy. Der ein bisschen auf sie aufpassen muss. Beziehungsweise ich auf ihn. 167, 30. Naja. Müsste eigentlich gehen. Eierkapsel ist zu weit weg. Aber machen wir in der nächsten Runde. Normal 156 Schaden. Und Zinsa könnte... Ne, du stehst da ganz gut. Kann er jetzt irgendeinen gut abschießen? Ne. Kannst du nochmal einen Schritt zur Seite gehen. Okay. Ja, da kommt er von hinten. 30 Schaden auf Andres Hinterkopf. Aber es wird zurückgeschossen. Der ist fast hinüber. Deaktiviertes Bein. 110 Schaden. Bluten und so weiter. Und wir sind schon wieder dran. 10 Bluten, 10 Gesundheit. Damit ist der auch hinüber. Und ich glaube, wir machen einfach weiter. Der da oben steht da mit seinem Overwatch. Irgendjemand möchte hier langgelaufen kommen. Da können wir vielleicht einmal... Einmal ein Overwatch machen. Ah, dich hätte ich vielleicht... Warte mal. Also Jeremy, du musst jetzt einmal... Dich heilen. Und da du dich heilen musst... Kannst du auch den Overwatch übernehmen. In diese Richtung. Da könnte nämlich einer kommen. Aber ich denke, wir brauchen das vielleicht gar nicht mehr. Denn ich denke... Dass wir die Brutkammer jetzt hier wegkriegen. Ähm. Ready to fly. Noch eine Eierkabst du wegnehmen. Jawohl. Das tut weh. Und... Ja. Ich gehe mit allen so einen Schritt da drauf zu. Und ich glaube nicht, dass die das noch... Auf jeden Fall nicht mehr lang überlebt. Aber wir hätten ja eine Todesmarkierung machen können. 250 Bluten. Es ist nicht notwendig mit der Todesmarkierung. Offensichtlich. Du kannst hier hinkommen mit der Shotgun drauf feuern. Die kriege ich schon einiges ab hier. So, Matze. Kannst du das beenden vielleicht sogar? Nein, du sollst nicht den Wurm abschießen. Ja? Ja, aber es wird nicht reichen. Können wir genauso gut noch einen Schritt nach vorne gehen. Also ich gebe zu, es hätte vielleicht gereicht... Wenn wir uns ein bisschen intelligenter angestellt hätten. Aber es war jetzt gerade nicht so richtig notwendig. Wen können wir noch treffen? Ah, da. Oh. Oh, da habe ich ja blöd. Gut, dass du den Arm getroffen hast. Und das Maschinengewehr ausgeschaltet. Da hast du im richtigen Moment die richtige... Ich dachte gerade, da habe ich noch mehr vergessen. Die richtige Position getroffen. Und du feuierst jetzt zweimal auf den da. 192. Und noch eine Runde. 384. 250 Bluten. Reicht immer noch nicht. Verflixt nochmal. Na gut, wir könnten jetzt vielleicht das Ganze beenden. Wir probieren es mal. Sensor mit Rakete. Bitte nicht gegen Jojo schießen. 84. 250 Bluten. Sollte leicht reichen. Der stirbt. Der da oben. Der ist in Panik und hat keinen Namen mehr. Weil Matze uns in letzter Sekunde vor einer großen Dummheit gerettet hat. So, Matze. Da du das getan hast gerade. Darfst du die Sache jetzt beenden hier. Nein, du sollst nicht... Du willst unbedingt... Nee, du kannst es doch nicht beenden. Ich habe dich in die falsche Richtung geschickt. Achso, doch. Der ist ja tot. Alles klar. Wir müssen auch raus. Verstehe, verstehe. Wollen wir die Terrorwächterallee, die brauchen wir nicht. So, dann geht es raus hier. Achso, das ist hervorragend, dass es noch rausgeht. Dann haben wir ja quasi noch Zeit, unten beim Haus vorbeizugehen. Hier sind alle in Panik. Hier ist alles gut. Wir bewegen uns schnell zurück. Machen da gar keinen großen Heckmeck von. Jojo Wolf kommt auch schnell zurück. Ähm, irgendjemand, der ein bisschen Platz im Rucksack hat. Das ist nicht André. Müsste eigentlich da unten nochmal hin. Auf der anderen Seite. Jeremy, hast du Platz im Rucksack? 1, 2 auf jeden Fall. 2 dürften ja vielleicht reichen. Wir hoffen mal, dass hier jetzt nichts Fettes auftaucht. Jojo bleibt da stehen. Ähm, Sensor kommt auch zurück. Ja, ich denke gerade an die Granate. Aber es ist unwahrscheinlich, dass eine kommt. Aber man weiß ja nie. Der ist immer noch gelähmt. Den Giftwurm nehmen wir mit. Alles andere läuft. Jeremy muss nochmal ins Häuschen. Alle anderen stellen sich zur Verteidigung hier unten auf. Du hast keine Munition mehr, sehe ich gerade. Ja, zu spät. Ähm, hier auch einmal aufstellen. Hier einmal aufstellen. André kommt vielleicht noch ein Stück weiter. Der kann mal darüber. Und zwar, um mit auf Jeremy aufzupassen. Außerdem erzählt er ihm nochmal, wie genau die Dinger aussehen. Die er holen soll. So, das ist jetzt ein bisschen nicht so weit. Aber... Du hättest ja auch fliegen können. Aber alles gut. So, da kommt natürlich noch einer hinterm Haus. Ein Scharfschütze. Scharfschütze. Für Jeremy und André. Und das ist der, der gerade noch in Panik war. Der kommt jetzt natürlich nochmal raus. Aber solange er keine Arm hat, weiß er glaube ich nicht so richtig, wie er das hier anstellen soll. Tja, jetzt müsst ihr einmal... Hast du hoffentlich kein... Ne, keine Regeneration... Äh, keine... Kein Chamäleon. ...210. Mit zweimal treffen. Wäre super. Das wäre toll, weil dann kann Jeremy direkt das Zeug da rausholen. Das war schon mal gut. Wenn du das nochmal schaffst... Dann ist er weg. Ach. Okay. Dann gibt es jetzt einen Jeremy-Gedenkschuss vielleicht. Kannst du das mit der Piste... Nein! Oh, hier ist wieder ein Stein davor. Na gut, hier oben geht es ja auch rein. Das heißt, wir gehen jetzt dahin. So, liebe Freunde. Heute ist was los. Meine Güte. Also, kleiner Schnitt. Verzeihung. Jetzt war die Festplatte voll. Das ist mir auch schon lange nicht mehr passiert. Dass die Aufnahme stoppt, weil die Festplatte voll ist. Aber ich habe es zum Glück sofort gesehen. Heute ist ein komischer Tag. Ich habe schon vorher eine Folge Dyson Sphere Program aufgenommen. Und habe da so verkackt, dass ich das nochmal aufnehmen muss. Weil ich irgendwie merkwürdige Sachen gebaut habe. Dann habe ich gedacht, dann spiele ich erstmal entspannt. Eine Runde Phoenix Point. Jetzt ist die Folge schon wieder eine Stunde lang. Ach, ist das alles schön. So. Wie ich wollte. Mit Jeremy. Mit der Pistole. Auf den Triton schießen. Und das machen wir jetzt auch. Jeremy, mit der Pistole hast du es heute. Erst der Wurm. Jetzt der Triton. Ähm. Also, sonst hätte ich halt die Scharfschützengewehr genommen. Aber ich dachte, du kommst vielleicht doch ins Haus rein. Okay, Jeremy. Es tut mir leid, dass ich was gesagt habe. Was habe ich dir getan? Ähm. Es sollte irgendjemand jetzt diesen Typen umbringen, bitte. Hä. Kommst du da hin? Kannst du da hinfliegen? Nee. Ähm. Hä. 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 Dass das noch zum Problem wird. Müssen wir da jetzt eine Granate draufschicken auf den. Kann ja wohl nicht wahr sein. Matze, kommst du von hier hinten ran? Nee, auch nicht. Nachher kriegen wir noch ein Problem mit dem da. Thomas, kommst du bis da hin? Nicht so weit, dass du drauf hämmern kannst. Ähm. Kannst du von da eine Granate werfen? Ansonsten, was ist denn die Alternative? Die Alternative ist eine Granate. Aber Granate von hier geht ja auch nicht. Wahrscheinlich. Oder? Schauen wir mal, wie weit die kommt. Ja, die kommt eben nicht da drüber, ist das Problem. Gehe ich mal davon aus. Wir können es ja mal probieren. Ansonsten haben wir immer noch eine Rakete. Wir gehen es mal von hier. Das sollte es dann erledigen. Ja. Okay. Bitte nicht in die Schlucht jetzt auch noch. Okay. Gut. Dann kann Matze noch mal hinten auf den. Dann bleiben wir noch mal ein bisschen stehen, wenn es hier so schwierig wird. Und du kannst noch mal auf den schießen und hoffen auf den. Das ging auch daneben. Aber, ja gut. Na gut. Dann mach du doch mal ein Overwatch mit der Shotgun hier, falls er kommt. Und du machst noch mal ein Overwatch. Ne, du kannst jetzt auch kein Overwatch mehr machen. Du hast keine Munition mehr. Du kannst aber nachladen. Und dann ein Overwatch machen. Aber bitte nicht den Wurm erschießen jetzt noch. So, und du machst noch ein Overwatch mit der Pistole. Und dann ist es gut. Und Jeremy bleibt da stehen. Und... Der ging daneben. Das war ein Triton, oder? Der kommt. Aber auch nicht so weit. Und stellt das Schild wieder auf. Bis der da ist. Es ist Weihnachten. So, Jeremy. Jetzt bitte einmal Zeug holen. Es ist nur eins drin. Und ein Virusgewehr. Magazin nehmen wir auch mit. Und jetzt geht es hier raus. Wo auch immer jetzt der Tritonschuss herkam. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Und der ist noch gut genug. Ich denke, wir machen einfach das gleiche nochmal. Auf wen wurde geschossen? Auf Sensor. Wo ist ein Sensor überhaupt? Da. Also irgendwo von dieser Richtung kam das. Dann stellen wir uns mal... Kommt, jeder noch zwei? Sensor kann ja fliegen. Am Ende. Dann stellst du dich jetzt da auf. Du machst auch nochmal ein Overwatch. Jetzt machen wir hier eine Overwatch-Runde für die Leute, falls sie was wollen. Overwatch. Hier. Overwatch da. Du kannst einmal drauf feuern. Nicht auf den Wurm. Auf den Arm oder das Bein. Ich mache jetzt die Schüsse schwieriger, weil ihr müsst ja was gut machen jetzt bei dem Ganzen daneben schießen. So, und Pistole. Du kannst einmal nachladen. Und Jeremy ist... Weiter geht's nicht. Dann also Overwatch hier rüber. Auf geht's. Weiter geht's, meine ich. Raus geht's hier. Langsam. So, komm. Aber ruhig hinter den Wurm. Jetzt geht's los. Thomas. Thomas. 29 Schaden. Matze mit der Pistole. Auch ungefähr 29. Und alles reicht nicht. Also, liebe Leute. Hier ist jetzt aber mal Schicht im Schacht. So, das muss jetzt... Ob Schild oder nicht, das muss jetzt reichen. Na also. Du hast nicht mal den Wurm umgebracht. So, jetzt gehen wir weiter. Was? Ah, Overwatch. Overwatch 96 Schaden. Irgendwo da hinten steht so ein... Beschissener Triton. Der im Overwatch jetzt hier geschossen hat. Ist das zu fassen? So, André kommt gerade dahin. Gut, der kann jetzt nochmal schießen gleich. André, du hast auch kein Medikit dabei. Du kannst aber, glaube ich, wechseln, oder? Ohne... Kostet keine Aktionspunkte, oder? Doch, kostet bei dir. Ähm, Jeremy hat nichts dabei. Jojo kann das machen. Du kannst wechseln ohne. Nee, auch nicht. Matze vielleicht. Du hast gerade eins dabei, auf jeden Fall. Ah, warte mal. Wen kannst du treffen? Achso, nee, das ist irgendwas da hinten. Dann bitte einmal Medikit... ... auf deinen Kumpel. Vielleicht kriegt er noch einmal was ab. Aber jetzt geht's hier raus. So, alle auf Position hier unten. Und dann in der nächsten Runde bitte weg. Das war blöd, aber ist egal. So, Sensor kann fliegen, theoretisch. Die beiden stehen dann offen da ein bisschen rum. Aber ist in Ordnung. Jetzt haben wir auch noch drei Runden, bis der Wurm wieder zum Leben kommt. Stehen bleiben. Jeremy auch zurück. Und dann haben wir jetzt noch eine Runde, eventuell einen Schuss von oben, aber wahrscheinlich nicht, weil der müsste um das Eck kommen. Jetzt kommt da noch so ein Fiech raus. Ah, doch, tatsächlich, deaktivierter Kopf. Ja, das ist fies. Man ist eigentlich, also ehrlich gesagt, ist man natürlich jetzt so sauer, dass man eigentlich keinen Bock hat, dass man jetzt eigentlich nicht weggehen will. Aber, wenn wir jetzt alle rauskommen, dann machen wir das jetzt auch. Den toxischen, ähm... Müssen wir jetzt nochmal heilen. Irgendwie. Du kommst nicht raus. Du kommst nicht raus. Ah, doch. Ich glaube, du kommst schon raus. Du kannst dahin, dann geheilt werden. Du schaffst es mit einem, mit zwei da auch raus. Ah, mit zwei reicht ja nicht. Du müsstest mit einem rauskommen. Du würdest es schaffen, müsstest es aber einmal wechseln. Kannst du wechseln? Du hast gar keinen Medikit. Geht das? Dann kostet es dich ein. Ja, das ist aber okay. Dann holst du dir das jetzt da her. Du gehst raus. Thomas kommt bis hier. Wird geheilt. Nochmal. Ähm, da bitte. Und dann kann er immer noch rausgehen und alle kommen raus. Wunderbar. Okay. Meine Herren. Das am Ende nochmal. Man kriegt so eine Wut auf diesen, ähm, auf diesen Scharfschützen von draußen. Dass man eigentlich denkt, äh, ach, ich laufe jetzt nochmal rein und bringe ihn rein. Aber, besser ist so rum. So, meine Güte, ist das eine lange Folge? Oder sollte ich sie... Nein, ich lasse sie mal so. Es ist die lange Sonntagabend-Folge. Ähm, muss auch mal sein. Wir wollen ja weiterkommen. Und wir wollen ja nach, äh, Amerika irgendwann mal. So, da hängt's. Stürzt mir nicht ab hier. Was ist denn mit dir jetzt passiert? Okay. Wurde neutralisiert von seinen Bewohnern verlassen. Die verbliebene Menschheit kann erleichtert aufatmen. Und wir haben Wurm, einen Giftwurm noch, gefangen genommen. 326 kostet das? Wahnsinn. Was haben wir denn da verschossen? Das ist alles, was wir an Materialien haben. Was ist denn hier so teuer? Naja. Tja. Na, los geht's. Brauchen den Scheiß, ja. Habe ich nicht gesagt. So, liebe Leute. Jetzt reicht's aber auch. In alles andere gucken wir hinterher rein. Wir würden gerne heftige Waffen. Wir können jetzt die Giftwurm, wie wir Sektionen machen, auch nicht schlecht. Ein Bau ist weg. Und für den anderen weiß ich auch nicht. Ressourcen sind schon wieder alle. Na gut. Wir gucken beim nächsten Mal alles weiter an. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.